So, wir sind gerade von der Operation nach Hause gekommen. Man sieht, also war eine ganz, ganz schwere Operation. Ich meine, so ist sie gut drauf, sie kann schon selbst laufen, sie hat gerade getrunken. Und jetzt soll sie erst mal schön schlafen. Die haben mir da alles aufge... Die Narbe ist riesengroß. Das war ungefähr, ich sag mal, 600 Gramm, was sie da rausgenommen haben. Und sie haben mir da rasiert. Aber jetzt ist sie glücklich, dass sie zu Hause ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.